und willkommen es ist donnerstag morgen zeit für eine neue event woche ich bin chris von gamebeet und auf geht's wir haben das independence update am 4 juli ist independence day in den usa daher wie jedes jahr das independence update und wir haben auch ein independence auto auf dem podium stehen und zwar den sabre in den amerikanischen farben kann man sich schon mal ansehen der sabre selber ist nicht gerade also ist kein extrem teures auto aber die lackierung ist halt extrem selten also ich wünsche euch die woche auf jeden fall viel glück dass ihr den erdreht und dann schauen wir mal rein was es alles an angeboten gibt was dazu allerdings vorher noch zu sagen ist ihr solltet jetzt mal in die zu den masken fahren also bei den masken gibt es jetzt wahrscheinlich wieder die ganzen tiermasken die gibt ja nur zum independence day wer so gerne eine tiermaske hätte also wolf und was es da nicht alles gibt diese schweinemasken und das gibt es alles nur zum independence zu diesen zu dieser independence woche also wer da noch keiner hat schlag zu holt sie euch und dazu gibt es natürlich auch wieder das feuerwerk also den rocket launcher mit dem feuerwerk und so weiter also doch ein bisschen was und bevor wir jetzt in die angebote reingehen würde ich mich freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben und ein abo da lasst und dann starten wir mal in die angebote bei legendary motorsports haben wir den wapit flash gt für 1,1 millionen statt 1,6 millionen und ein cooles auto wer noch platz hat und ein schönes auto braucht der sollte hier vielleicht mal zuschlagen dann haben wir noch den albany roosevelt verlor nicht mein geschmack aber werne gebrauchen kann 589.000 statt 982.000 schlag zu das war es auch schon bei legendary motorsports gehen wir zu warstock catching carry ich habe gerade gesehen die korsika renovierungen sind im angebot schaut aus wie 30 prozent günstiger dann ist die mobile kommando zentrale im angebot für 735.000 statt 1,2 millionen ja ich brauche sie nicht unbedingt weil ich finde sie blödsinn der winke ist im angebot für 577.000 statt 825.000 ein feuerwehr auto hätten wir noch wer gerne mit der feuerwehr um cruised dann gibt gas jetzt ist er etwas günstiger 1,7 millionen statt 2,4 millionen ja wer gerne mit feuerwehr herum ich glaube die immer dann kriegt man die kostenlos weil so häufig braucht man die auch nicht das war es leider schon bei warstock catching carry wie gesagt ist ich habe eine relativ frühe aufnahme kann sein dass eventuell noch ein oder zwei autos dazukommen aber zum aktuellen zeitpunkt aktuell nur die habe ich noch was bei elitras travel gefunden und zwar die bessere für 690.000 statt 1,1 millionen wer noch einen jet braucht oder gern jet fliegt dann kostet nur fast die hälfte dann schlagt man zu und dann noch etwas darunter gescrollt haben wir noch den annilator im angebot für eine millionen 95.000 statt 1,8 millionen und die titan kann man sich auch noch günstiger kaufen sind 40 prozent so roundabout also wer gerne mit flugzeugen unterwegs ist die woche könnte ein bisschen günstiger ankommen und dann haben wir bei sauland san andreas super autos noch die dinka wetter classic im angebot für 626.000 statt 895.000 also wer gern kokot fährt 20 prozent schlag zu und das war es auch die woche schon von den angeboten der autos schauen wir noch wo ihr noch geld verdienen könnt zusätzlich im angebot haben wir die woche noch die bunker die sind um 50 prozent günstiger also wer noch kein bunker hat schlagt die woche zu lohnt sich das auf jeden fall denn die sind schon relativ teuer und für 50 prozent rabatt kann man das schon mal zuschlagen so und nur noch die verdienmöglichkeiten ich habe gerade gelesen die vorratslager sind um im dreifach geld also quasi wer vorratslager hat sollte sie jetzt vielleicht verkaufen es gibt die dreifache summe an geld gut dann würde ich mal sagen ich bedanke mich fürs zuschauen wenn euch das ganze hier gefallen hat lasst einen daumen nach oben und ein abo da ich würde mich auf jeden fall darüber freuen und wir sehen uns spätestens nächste woche wieder und ich würde mal sagen bis dahin euer chris von game beat